Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Tomb Raider Part 24. Ja, natürlich mit eurem Sony Styles Gaming. Ich versuche mich heute, ja guck mal wie lang das hier ist, am 2.4. war das letzte Mal, wo ich gespielt habe und ja, ich versuche mich diesmal nicht so blöd aus anzustellen, so wie die anderen Parts. Und natürlich werden die Parts natürlich wie maximal, also wenn es gut läuft, 16 Minuten, aber mehr nicht, also zwischen 15 und 16 Minuten laufen. Ja, wir schauen mal so, wie es jetzt wird, also wenn ich schon die ganzen Parts, ich kann die ja alle schon vorher angucken und bearbeiten und so und muss sagen, hey Leute, ich habe mich da wie der letzte Volldepp angestellt, ey. So, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, ey. Natürlich hat man jetzt eine Aktualisierung jetzt gerade gemacht und ja, schauen wir mal, ja, wie es so wird. Okay, wir sind hier. Äh, die Steuerung ist nochmal, warte mal, wie war das nochmal? Das ist Spurge, wie ich nochmal wechsle. Okay. Okay. Ähm. Okay. So. Ich weiß gar nicht, wie wir eigentlich, oh Gott, ich habe so lange nicht mehr gezockt, ey. Ah, gehen wir mal durch die Schlacht des Löwen. Ah, gehen wir mal durch die Schlacht des Löwen. Aieieieiei. Meine Fress. Okay. Okay, wir müssen da durch. Nein, andere. Achso. Was? Das war jetzt gerade doof, was ich gemacht habe. Alter. Oh, Alter. Schnell zurück, so hier Boah, ich geh jetzt nochmal, hole, so Komm mal, seh dir, kleine Schweinele Alter, jetzt mal still hier Schieß schon alles voll hier Scheiße, ey Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, so, geh ich hol nochmal eine Granat Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott Komm, wo könnt, jetzt blend, sorry Leute, aber jetzt blendet es mich grad so dermaßen ins Gesicht, ich sehe echt gar nichts So, okay Jetzt kommt die Sonne raus am Feierabend, naja Aha, hab dich gesehen, du kleiner, kleiner, großen Furzer Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh so man Was ist das? Aaaaaaah Boah legt mich auf den Arsch Aaaaaaah Wo steht der kleine Barsad eh Oh alter du blöder Penner eh Baaaaaah Ike daaaah Mal Oh der zieht aber nicht grad falsch daneben eh Baaaaaah Oh, noch einer Ist das eigentlich verarschen, oder was? Boah, wie lange soll ich das noch machen hier? Da ist Munition Geht's vorbei, ja? Nee, oder? Bin ich jetzt verarschen, oder was? Ich bin bald tot, ey Boah, Alter Mit einem scheiß Feuer, ey, du gehst mal Was, so tierisch auf die Eier Boah, Alter Was er jetzt macht Ich bin bald tot, ey, du gehst mal Ich bin bald tot, ey, du gehst mal Oh, shit! Das ist vorbei, ja? Wenn ich jetzt alles hier weiß, ein bisschen Concentration hier Wollen wir jetzt rot nehmen, dann haben wir jetzt die hier Ah, hier ist Munition, ah ok, ist voll Sie ist da unten, er sucht freies Schussfeld zu kriegen Die Outsiderin ist da unten Ich bin da doch gerade am überlegen, scheiße Ich bin da unten, ich bin da unten Boah, alter Schwede Oh, alter Oh, alter Da ist ein Scheiß Shit, wo ist hier irgendwo Munition oder so? Naja Leute Wir machen eine kurze Pause Wir sehen uns gleich im nächsten Part Euer SoniDalsGaming Peace